Tachchen, ganz kurze Info, das hier ist und wird auch kein Let's Play, das sind einfach nur so ein paar Schnipsel aus dem Stream, die ich jetzt zusammengewürfelt habe, allerdings in einem anderen Schnittstil. Ich hoffe, das gefällt. Ein bis zwei weitere Mafia 2 Videos wären schon noch drin. Des Weiteren ist es vielleicht noch sinnvoll zu erwähnen, dass die Schnitte eventuell keinen wirklichen Sinn ergeben, also jetzt nicht Story an Story geschnitten sind, sondern eher random. Positiver Nebeneffekt, geringeres Spoiler-Risiko für die Leute, die die Mafia 2 Story noch nicht gespielt haben. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Video. So, zum Fortsetzen, Taste drücken, Helligkeit, ja, ja, schön. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier die epischste Kampfszene in der Geschichte der Menschheit. Was? Scheiße. Du wartest jetzt, bis ich dir die... Huh? Huhu, schau dir das Schätzchen mal an. Scheiße. Boah, wie der Schnee da runterfliegt, Mann. Ohohoho. Übergeil. Entschu... Okay, ich stecke wieder ein. Kein Problem. Einfach disrespected, Alter. Bleib liegen, Junge. Carsten, stahl in Zugriff! Hey! Der schießt einfach auf den Wagen, den ich klauen will. Na toll. Digger, was ist denn mit denen los, Mann? Holy shit. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Das tut mir so leid. Huch. Oh, nein! Hey, Auftrag ausgeführt. Wie lief's? Scheiße. Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem, hübsch. Hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. Mach doch die Tür zu. Was ist denn? Sehr geil. Habe ich noch einen anderen Wagen da drin? Mama? Und wieso kann ich den jetzt fahren? Der ist doch gar nicht in der Zeit. Gehen Sie bitte weg. Ich bin ja, äh, ich bin der Zukunftsvito. Weil ich Mafia 3 besitze, oder was? Ist das nicht die Anfangskarre aus Mafia 3? Jetzt mal im Ernst. Alter, guckst du, ne? Der ist noch gar nicht erfunden, der Wagen, du Asi. Oh, lecker. Convignian Food. Richtige RP-Mission. Entschuldigung. Was soll ich wen treffen? Fahr zu Freddy's Bar in Little Italy. Okay. Hey, jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Okay, dann los. Und rass nicht rum wie ein Bilder, ja? Quatsch. Das kriegen wir da hin. Hört zu. Der Vordereingang ist nachts verriegelt. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen. Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Du willst an die Tür... Oh, Grundschulhumor. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hat nur geraten. Er steht im Obergeschoss. Danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Danke, Maria. Man sieht sich. Hey, mach die Tür zu. Es zieht. Ach, scheiße. Warte mal. Hier darf ich ja, glaube ich, nicht gesehen werden, ne? Entschuldigung! Ist hier irgendjemand? Uuuuh. Mama? Äh... Regie? Kannst du... Kannst du was... Oh. Wir holen den anderen Wagen raus. Ach, ja, Mann. Viel besser, ey. Ach, der Rutsch wird sich die ganze Zeit so weg. Oh, mein Gott. Ja, ja, ja. Alles gut. Hier war mir einfach so viel Licht. Hallo. Möchte ich so was kaufen? Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja, klar. Sicher doch. Oh, oh, oh. Zentrifugalkraft, Junge. Ja. Was? Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie denn ein bisschen bescheuert oder was? Wegfahren hier. Was? Ich sage wegfahren. Batsch, Junge. Zack. Teg, sag mal, seid ihr eigentlich alle komplett... Hallo? Ja, Polizei. Schauen Sie mal. Der Typ hier im weißen Wagen, der hat den überfahren. Okay, tschö. 10, 31. Einbruch im Gange. 10, 31. Einbruch im Gange. Und die Schlaffolie verschwindet, bevor die Cops anrücken. Wiu, wiu. Scheiße. Das ist der Ton der Polizei. Wiu, wiu. Hä? Ach so, natürlich. Ja, jetzt aber runter hier, mein Freund. Komm schon, Vito, beweg deinen Arsch. Bist du wahnsinnig, da ist alles vereist. Ein Ausrutsch und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du den Knast? Tu arme Sau, ey. Rutsch auch noch aus. Hallo, duf dich doch. Geh doch mal in Deckung. Oh, nicht. Gern geschehen. Hätte ich hier in Deckung gehen können? Nö. Ah, jetzt kann ich wieder in Deckung gehen. Lul? Hier ist schon klar, dass du dich auch schon noch Feuer umdrehen kannst. Du musst nicht immer erst einmal runtergucken. Nein, das braucht... Du kannst nicht einfach... Du kannst... Wo ist mein Wagen? Ja, Bruder! Okay, okay! Es tut mir leid! Okay, du hast nichts gesehen. Hast du mich verstanden, du Penner? Also, ich meinte das nicht so wörtlich, aber... Aua! 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 Ist okay, Entschuldigung! Bleib ruhig, da sitzen. Ist gar kein Problem. Der Penner war es! Ach, Digga, geht doch immer wieder schlafen. Oh, Kacke! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Es tut mir leid! Der hat so... Der hat so gewollt! Der musste... Der hat es provoziert. Oh, Kacke, Entschuldigung! Aber hier ist eh so viel Licht in dieser Stadt. Oh, Schild! Bin unterwegs. Gar kein Ding. Bin schon weg. Bin schon weg. Ah, fucking Karma, Alter. Hallo! Lili! Ah, wie ist es? Freund! Lili! Alles gut? Vorsichtig! Lili! Perfekt versteckt! Pfff! Taxi! An alle! Aktion abgeblasen! Hallo! Nicht schießen! Ich wollte eigentlich... Weg hier! Nein, Sir! Ich wollte... Ich wollte ihren Service-Use... Fahren Sie... Hallo? Okay. Selbstbedienungstaxi. Oh, Gott! Aha! Der ist komplett in seinem Film. Hallo! Übertreib doch nicht so brutal, Mann! Ich will doch einfach nur hier weg. Oh, guck mal, Wasser! Kannst du einen Schluck trinken? Bitteschön! Siehste? Bin nett! Jetzt nur noch schnell. Ach, fuck you! Das ist nicht dein Ernst! Tschüss! So! Mission ready! Stream Ende! Mama? 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 Mama?